Ey, hör auf da jetzt rumzuspringen, das ist mein Klavierstuhl! Ilyas, komm da jetzt runter! Das ist deine letzte Warnung! Es ist gefährlich hier zu... Oh Mann, was ist... Ich hab doch gesagt, du sollst das nicht machen! Ich muss das Baby loswerden, wie... wie... wie mach ich das denn... Ich hab ne Idee. So, dann hat sich das ja erledigt, fällt ja gar nicht auf. Ich würd sagen, das kann erstmal in meiner Wohnung bleiben, ich mach mich jetzt mal ganz schnell aus dem Staub.